Mein Lieblingsbild in dieser Ausstellung ist eigentlich dieses Bild. Mir gefällt es mit dem düsteren Vordergrund und dem leuchtenden Himmel mit dem schwarzen Ring, den entweder die Sonne oder den Mond darstellen könnte. Und dieser riesige Boden ist sehr speziell und ziemlich cool. Mir gefällt das Bild einfach im Allgemeinen und ich kann nicht genau sagen wieso. Die Struktur ist auf anderen Bildern, die hier hängen, sehr ähnlich. Mir wurde gesagt, dass zuerst das, was vorne erscheint, gemalt wurde. Und dann erst den Hintergrund drüber. Und jetzt erst den Hintergrund und dann den Vordergrund. Ich finde das recht speziell und mir gefallen sowieso allgemein die Rubelbilder, wo etwas abgerubelt worden ist und dann eine spezielle Form hat. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.